Hallo, moin moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Für mich ist es jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich hoffe mal, dass wir ganz fix hier reinkommen. Wir machen heute mit der Nebenquest rund um die Messer weiter. Wir haben ja nun herausgefunden, dass der Bruder von Agapios definitiv der Anführer der Messer ist. Sprich, als nächstes, denke ich, werden wir ihn eliminieren müssen. Außerdem werden wir heute bei der Hauptquest weitermachen, denn, ich hatte ja gesagt, ich kehre nicht zurück und so weiter, und ich habe ganz vergessen, dass wir ja Agapios, Agapios, sage ich schon, Herodotos treffen wollten, und zwar bei den Thermopylen, dort, wo Leonidas gekämpft hat und gefallen ist. Deswegen, wir machen jetzt kurz das mit den Messern fertig, weil wir da eben schon mit angefangen haben und ich das nicht so gerne auseinanderreißen möchte und dann machen wir weiter mit der Hauptquest. So. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, mein Freund. Ja, leider. Es tut mir leid, Agapios. Nerithus ist der Eisvogel. Er steht hinter den Messern. Oh Gott. Nerithus hat sich ständig nur Ärger eingehandelt. Ein Tempel für Achilleus aufs Kyros, sagst du? Agapios! Halt! Sklave! Halt! Sklave! Wache! Wache! Nein! Dieser Mann verdiente sich seine Freiheit vor langer Zeit. Dank dir wurde das wahre Gesicht der Messer enthüllt. Und Oboya hat eine Chance zu überleben. Du hast dir deine Belohnung verdient. Obwohl ich fürchte, dass es nicht reichen wird, Skryros zu stürmen. Der Eisvogel hat sich jahrzehntelang im Schatten versteckt. Es wird nicht einfach, das zu beenden. Hilf mir! Hilf, Oboya! Ja, klar. Ich sehe, was ich tun kann. Gut, gut. Ich führe einen kleinen Trupp zum Schmugglerhafen aufs Kyros. Triff mich dort und wir werden die Messer gemeinsam zerschlagen. Boah, wir kriegen sogar Unterstützung. Ich bin begeistert. Und wir haben jetzt sogar einen Aufstieg. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ne, doch nicht. Wow. Ach nein, Moment. Ich war unterwegs und habe so eine alte Schrifttafel gefunden. Und da bekommt man halt auch immer noch was dazu. So, wo sollen wir jetzt hin? Ein Sklavinverdacht? Ne, ne, ne. Das ist keine laufende Quest. Lasst mich nochmal ganz kurz gucken. Genau. Eisvogel. Du, 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 du. Sie wollen Blut sehen. Das ist falsch. Das ist Skura. Oder ist es das doch? Ne, ne. Das ist Arena. Wo haben wir es denn? Der Eisvogel und das Rotkehlchen. Oh Mann. Das tut mir total leid. Ich könnte mir vorstellen, dass sein Bruder da jetzt hingeht. Um ebenfalls Gerechtigkeit zu verüben. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Schmugglerhafen. Also machen wir kurz eine Schnellreise. Aber ich bin dann ja eigentlich schon da, wo wir sein sollen, oder? Beim Tempel des Achillois verstecken sie sich. Ich mache da jetzt gerade eine Schnellreise hin. Also irgendwie muss ich die dann jetzt doch alleine bekämpfen. Ich habe keine Lust, die alleine zu bekämpfen. Ich will Hilfe. David gegen Goliath. Die Perser-Kriege 490 bis 479 vor unserer Zeit endeten mit, ja, gute Frage. So. Jetzt ist die Frage. Wir sind hier nicht in einem Sperrgebiet. Hier auch nicht. Phobos! Wo bist du, du dobes Vieh? Ja, Phobos ist etwas blöd programmiert, wenn ich das mal sagen darf, hier in diesem Spiel. Das ist bisher so eines der Mankos, die ich auszusetzen habe an Odyssey. Und halt auch, dass das Spiel so unglaublich umfangreich ist, dass man gar nicht so genau weiß, wo man als nächstes weitermachen soll. Ach, die kämpfen da unten schon. Die haben ohne mich Spaß. Los, Phobos! Lauf, lauf! Dann müssen wir jetzt erstmal helfen. Nee, 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 nee. Huch! Was willst du denn? Willst du mich foppen oder was? So. Oh, hoppla. Wer sind jetzt überhaupt unsere Leute? Sind unsere Leute die Blauen? Ja, ich glaube, unsere Leute sind die Blauen. So, das war der Kollege. Das war der. Ich dachte eigentlich, dass die Messer so ein bisschen schwieriger zu besiegen sind, aber gut. So, sind wir fertig? Jo. Nö. Noch nicht. Da ist noch einer. Oh, da war ein Kultistenspeer. Der da ist unser Feind. Ich hoffe die ganze Zeit meine Leute an. Unglaublich. Friendly Fire! Ah, da ist noch einer. Hey, Dude. Lässt du ihn mal bitte in Ruhe? Bitte, Dankeschön. Weil wegen, das ist mein Verbündeter und so. So, wir sind fertig. Ähm, haben wir das nicht eben schon? Bin dabei. Bin dabei. Wenn die Informationen, die du beschafft hast, richtig sind, wartet am Tempel nicht nur der Eisvogel, sondern die ganze Führungsriege der Messer. Du kannst sie alle ausschalten und Oboja von ihnen befreien. Agapius wird nicht wollen, dass sein Bruder zu Schaden kommt. Ich liebe Agapius. Aber Oboja steht an erster Stelle. Wenn das alles vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass deine Belohnung zu deinem Schiff gebracht wird. Oboja dankt dir für deine Dienste. Kümmere dich um Nerithos. Ich könnte mir vorstellen, dass Agapius bereits dort sein wird. Die Frage ist dann nur, will er dann auch, dass sein Bruder stirbt oder eher nicht so? Nö, sieht man ja. Du sprichst immer das Offensichtliche aus, Herzchen. Nö, nö, den ignorieren wir. Dummheiten? Vielleicht hat er sich den Messern ja angeschlossen. Nein, hoffentlich nicht. Hättet ihr eigentlich mal Interesse, dass wir Assassin's Creed streamen? Weil wir haben ja jetzt wieder die Möglichkeit zu streamen, unter anderem halt auch bei Twitch. Alter, was zur Hölle? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn für Kloppos? Weg, weg, weg. Ja, ich versuche ja anonym zu werden, aber die sind mir hier alle im Weg. Moment mal, kann ich so machen und den dann da... Ach, schade. Vielleicht nochmal, wenn er hier an der Kucke steht. Puff! Tschüss! So, der ist dann auch gleich weg. Und tschüss! Das wurde also aus meinem Bruder. Du kommst zurück aus dem Hades, zurück ins Leben, nur um die Leben anderer zu nehmen? Nicht aus dem Hades, Rotheilchen. Vom Grund des Meeres. Poseidon schwieg, während ich ertrank. Ich rettete mich. Ich! Es gibt keine Götter, nur Sterbliche. Wenn du das weißt, weißt du alles, was du brauchst, um die Welt zu beherrschen. Nicht jeder will die Welt beherrschen. Einige wollen nur darin leben. Ah, eine Söldnerin! Eisvogel! Nein! Sein Name ist Nerithos. Er ist mehr als ein Deckname, den du auslöschen kannst. Er ist mein Bruder! Meine Familie! Ja, Familie ist das Wichtigste. Er ist schuldig, das allein zählt. Familie ist wichtig. Aber es muss doch auch irgendein Motiv geben. Er hat unschuldige Menschen umgebracht. Er scheint auch ein totaler Egoist zu sein. Oh Gott, es tut mir leid, Agapius. Familie oder nicht, dieser Mann ist der Anführer der Messer. Er hat jede Menge Leid verursacht. Damit darf niemand durchkommen. Du warst ein Sklave, Bruder. Aber die Welt ist meine Sklavin. Ihre Wunder, ihr Wein, ihre Bewohner. Wir könnten gemeinsam herrschen. Wir waren immer dazu bestimmt zu fliegen, Rotgillchen. Agapius! Du kannst dem Eisvogel nicht trauen. Denk an das, was er unserem Volk angetan hat. Denk an die Leben, die er zerstört hat. Er ist mein Bruder. Ich kann ihn retten. Ich weiß, ich... Ich kann ihn retten. Bitte, mein Herr, Söldnerin. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Nur du kannst deinen Bruder retten. Dein Bruder kann nicht gerettet werden. Ich könnte mir vorstellen... Ach, dass er dann vielleicht böse wird, aber... Wenigstens sollte man es versuchen, oder? Du kennst ihn besser als jeder andere. Als wir uns trafen, sagtest du, ich könnte dir trauen. Danke, dass du mir traust. Nerithos, Bruder, erinnerst du dich an unsere Jugend, als wir durch die Straßen von Kalkis liefen? Vater, hinter uns her! Er konnte keine Vögel fangen. Also wurden wir zu Vögeln. Das Rotkehlchen und der Eisvogel. Die können wir wieder sein. Das Kyros, das Eubola und die Messer, das lassen wir hinter uns. Und nie zurückkehren? Wir können fliegen. Schubs. Dann flieg, Rotkehlchen. Flieg! Nein! Ich wusste es! Fabios! Leb wohl, Bruder. Die Messer gehören mir. Die griechische Welt gehört mir. Das wird mir niemand nehmen. Mein Bruder nicht. Und auch du nicht. Söldnerin! Na, dann komm her. Oh, Drecksack. Aber genau das habe ich mir schon fast gedacht. Oh! Oh! Die Messer sind geschichtet! Buch! Oh, er konnte auch fliegen. Agapios ist jetzt definitiv, äh... tot. Habe ich das gerade richtig gesehen? Den Sturz hat er wahrscheinlich nicht überlebt, was? Das war so klar. Aber andererseits hätte er uns gehasst. Na gut. Na gut. Muss der jetzt unbedingt mit jedem hier kämpfen? Hallo? Bleibst du mal bitte hier? Ich will mit dir reden. Hallo? Ich will... Der verwickelt uns jetzt in alle möglichen Kämpfe, ne? Wie ich das hasse. Na komm, spring! Mann, Mann. Verdammt! Ja, genau. Beschieß die mal von da oben. Wäre halt auch ganz schön, wenn du mal treffen würdest. Weil ich mache hier die ganze Arbeit. Er verwickelt uns in die ganzen Kämpfe. Und wir dürfen dann... Tschüss. So. War's das jetzt? Können wir jetzt reden? Oder willst du noch mehr? Es war richtig. Du hast Agapius ein großes Geschenk gemacht. Er war frei. Für einen Moment. Ein Moment. Ich schätze, keiner von uns bekommt je mehr als das. Jetzt, da der Eisvogel und seine Stellvertreter tot sind, sind die Messergeschichte. Oboja ist frei, dank dir. Ich hoffe, das war es wert. Es geht um Freiheit. Die ist jeden Preis wert. Chiere, Heldin von Oboja. Ist das Leben an sich nicht auch nur ein kurzer Moment? Ein kleines Erwachen. Das Rotkirchen und der Eisvogel. Wenn man seiner eigenen Familie nicht trauen kann. Wem dann? Ist leider so. Damit haben wir einen neuen Stufenaufstieg. Wunderbest. So. Ähm, ich mach fix eine Schnellreise. Weil hier in der Nähe leider nirgendwo eine Schnellreisestation ist. Also sehen wir uns gleich bei der Videosequenz mit Herodotos bei den Thermopülen. Hier eine Villa hinbauen. Das wäre doch was. So, mit der Aussicht. Wunder, wunderschön. Guck mal, Wild hat man hier auch direkt vor der Tür. So. Eine große Schlacht. Und die haben wir auch am Anfang gesehen. In Part 1. Und da ist hier Herodotos. Hallo, mein Freund. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht. Aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Das ist wahr. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopülen klingt noch in unseren Herzen nach. Aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Leben. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Ist es ein Artefakt? Nee. Ich bin ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Und das war das Ende vom König von Sparta. Ah. Wow. Ja. Ah, Leonidas. Richtig. Ja. Er hat sich geopfert für sein Volk. Ja. Und bei seinen Männern. Was ist mit dem Verräter Ephialtis geschehen? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Die weiß es natürlich nicht. Wir wissen es einigermaßen. Wir verfolgen das Ganze ja jetzt schon, aber... Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Hm. Mhm. Ich bringe euch Feuer. Der Speer. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Angros. Wir treffen uns am Schiff. Wow. Ich glaube, heutzutage kann man gar nicht mehr zu den Thermopylen gehen, denn mittlerweile hat das Meer sich diesen Schauplatz genommen. Alles klar. Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht, und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpeno? Er ist... ...wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden, bevor sie es tun. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert! Und jetzt dieser Kult? Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber... Es könnte mein Bruder sein. Dein Bruder! Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert! Wem sagst du das? Aber keine Sorge! Der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde! Und eine davon kämpft wie Athena und schweißt Donner wie Zeus! Wir werden den Zorn der Götter über ihnen entfesseln! Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon! Trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros! Dann halt nach Andros! Ist ja egal! Wir hätten mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen! Was meinst du? Tja, sie ist alt! Und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung! Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt! Und wir wissen dasselbe tun! Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen! Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Joho! Joho! Wenn wir das fertige Material haben, können wir den Schiffsrum verstärken! Ja! Der Krisen sei vor sein! Wie die Faust des Meeres wird sie unsere Gegner zerstören! Ich hatte das Ganze schon fertig. Ähm, deswegen, ich habe jetzt nur gewartet, dass mal ein Stop kommt, damit ich euch in Ruhe auch noch verabschieden kann. Ähm, der Vollkommenheit halber... Haben wir jetzt auch nochmal was zur ersten Zivilisation gehört. Wir kommen jetzt also wieder in dieses kleine Assassin's Creed Universum rein. Cassandra wird jetzt auch von der ersten Zivilisation erfahren. Wir fahren jetzt als nächstes nach Andros, um uns dort diese mysteriöse Felsformation anzuschauen. Und ich denke mal, dass das wieder so ein Ort ist von der ersten Zivilisation, wo wir wieder eine Art Prophezeiung oder sowas sehen werden. Und dann diese Projektion, ähm, von diesen ersten Menschen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Das Schiff hatte ich soweit schon modernisiert und aufgerüstet. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis morgen. Schlitzelmama over and out. Und nicht vergessen, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Und ... 0. Als.